Guten Morgen Leute, herzlich willkommen hier in meinem Video. Ja, ich will mich mal mega, 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 mega bedanken, dass ihr mich so zahlreich unterstützt. Ja Leute, ich bin wieder hier wach, wie ihr seht. Ja, und drehe dieses Video. Für euch, für mich, für alle. Ich würde mich echt mega freuen, wenn es noch mehr werden. Ja Leute, die Glocke immer schön aktivieren, da bin ich echt mega nice, froh drüber. Aber ich habe echt Freudenträgen gekriegt, Leute. Ja, auch wenn ihr es nicht sehen konntet in dem Video. Tut mir leid, das Video, was ich vorher gedreht hatte, für die 200 Abonnenten, ja, ist leider, ja, hat sich verabschiedet, dankes meines PCs. Dankeschön nochmal da für PC. Aber ich kann es nicht ändern. Und was soll ich sagen? Ich bin echt mega gehypt davon. Ich bin euch zahlreich echt mega dankbar, die immer wieder mit mir zocken. Ja, das macht mein Leben wieder verändert, positiv verändert. Und ich bin euch echt mega, mega dankbar. Ja Leute, was ich noch so alles gemacht habe, ist natürlich, hätte ich nicht machen sollen, aber ich habe es gemacht. Ich bin mal gespannt auf das Video von, ja, dem anderen Kanal da. Und, ja, ist auch hier eingeblendet. Ich meine hier, ähm, diesen hier, ähm, wo ich mit der Maus drauf zeige, aber das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Äh, da meine ich diesen Kanal für. Ich bin mal gespannt, wie die da drauf reagieren. Denn ich hätte es eigentlich, ja, von meinen Eltern aus nicht machen dürfen. Aber ist egal. Schwamm drüber. Kriegen wir es schon noch hin. Ähm, das war da wieder rauskommen. Ja Leute, ähm, ist ja nicht so viel, also passt es schon. Ähm, ja Leute, ähm, ich bin euch echt mega dankbar, dass ihr mich so mega unterstützt. Und gestern den Livestream, den fand ich auch zum Abschluss noch mega, mega nice, dass ich mit diesen Leuten da spielen konnte. Die waren echt noch wirklich mega genial. Ich bin euch auch echt mega dankbar, dass ihr mich abonniert habt. Bin froh, wenn ihr mich abonniert lassen würdet und es so bleiben könnte und es noch mehr wird. Und ihr mich noch mehr unterstützt. Ja Leute, ich habe mal hier in dieser Szene, wie ihr seht, den Creator Code mal nach oben geschoben. Es wäre echt mega dankbar, wäre ich euch. Wenn wir da auch noch irgendwann mal hinkommen im Leben. Und ja Leute, ihr würdet mich zahlreich unterstützen. Ja, natürlich kommen noch mehr Videos von mir und auch mehr quer durch Deutschland, mehr Livestreams. Und wenn ihr wirklich mal möchtet, dass ich ein anderes Spiel mit euch spiele, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare mit rein. Ich würde mich da freuen. Bitte da unten reinschreiben, wenn, ja, welches Spiel ich noch mit euch spielen kann. Außer das, was oben drin steht in meinem, ja, Kanal. Titel, sage ich mal, oder wie auch immer. Ich könnte mich echt mega freuen, wenn noch irgendwelche Videos kommen sollen. Ja, ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich mal wieder mehr Solo-Videos reinhaue oder Duos-Videos oder wenn ich Du wäre oder was weiß der Geier. Wenn euch mal was einfällt, kommt doch in den Discord rein, der unten in der Beschreibung steht. Schreibt uns doch mal ein paar Video-Ideen und ich versuche sie dann umzusetzen. Ja, Leute, ich versuche natürlich noch eine neue, ja, wie soll ich sagen, dass ich nicht selbst Self-Stick mit Handy machen muss, sondern mit so einer Kamera machen kann, die natürlich ein gutes Mikrofon hat. Wenn natürlich einer sagt, er hat noch eine rumliegen und nutzt sie eh nicht, kann sie mir gerne auch vorbeischicken. Unten in der Beschreibung steht auch meine Packstation drinnen, wenn ihr mir irgendwas schicken wollt. Ich würde mich echt mega drüber freuen oder meine Kinder würden sich auch mega drüber freuen, wenn sie irgendwelche Kleinigkeiten bekommen könnten und ich natürlich auch. Und ja, Leute, dann macht es jetzt mal gut und ich hoffe, ihr habt eine schöne Osternferien. Für mich ist das Osterferiengeschenk gekommen, das sind die 200 Abonnenten, muss ich sagen. Okay, wir sind jetzt schon bei 206. Ich freue mich echt drüber. Dann habe ich gestern außerhalb des Livestreams noch mit ein paar Leuten gespielt. Ich bin dann auch mega dankbar, dass ich mit euch nochmal zocken durfte und ihr mich nicht gekickt habt. Ja, und ich einfach in eure Gruppe kam. Ja, Leute, ich bin echt mega gehypt über diese, ja, Abonnentenzahl auch. Ich könnte den ganzen Tag Freudentränen darüber strahlen und das wird mit diesen Abonnentenzahlen nicht anders sein, wenn die tausend da sind irgendwann mal. Ich werde mit euch Custom Games spielen, was auch immer, irgendwelche Sachen, ja, vielleicht auch die Sachen, die mir nicht Spaß machen, aber auch euch Spaß machen. Mich würde es freuen, wenn ihr das mal unten in die Beschreibung reinschreiben würdet. Und ja, wenn ich mehr Reaction über irgendwelche anderen Kanäle machen sollte, schreibt es auch in die Kommentare rein. Ich mache es gerne. Ja, ich bin auch mega gehypt, was die anderen YouTuber so an Mengen haben von Abonnentenzahlen. Ich wäre gehypt, wenn ich die auch mal kriegen könnte entsprechend. Ja, okay, nicht jetzt unbedingt eine Million zahlen, nein, mir würden schon mal die tausend reichen, aber wenn es dann mehr wären, wäre ich auch drüber gehypt. Und ja, Leute, unterstützt mich weiter. Und wenn es irgendwen gibt da draußen, der sagt, ja, hier, komm, ich helfe dir dabei, dass du mehr Abonnenten hast, dann sollen die es tun. Ich wäre echt mega stolz drauf, wenn es auch Reaction über mich gibt. Ich kann mich auch nur wieder verbessern und ja, meine Technik macht gerade im Moment nicht so mit, sondern eher schlapp. Ich habe nun mal leider einen 5 Jahre alten Rechner. Will ich euch mal sagen, ja, ich kann mir leider im Moment keinen neuen leisten. Es ist nun mal so im Moment tragisch für mich, aber ich versuche damit klar zu kommen, ja, die PS4 macht Fortnite im Moment noch. Und hoffe, sie macht es auch noch weiter. Auch wenn die da verbessern, Updates machen und immer wieder irgendwelche Erneuerungen machen. Ja, Grüße gehen raus an euch alle auch nochmal. Vielen Dank für die Abonnentenzahlen. Ich bin echt mega gehypt. Ohne euch hätte ich das nie geschafft und würde es auch nie weiter schaffen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei, teilt meine Videos wie auch immer und hypt mich. Ich würde mich echt mega freuen, wenn irgendwann noch mehr Abonnenten da wären, mehr Zuschauer, mehr wie auch immer. Ja, überrascht mich, wenn ich quer durch Deutschland bin und mal nicht zu Hause bin und nicht immer auf die Abonnentenzahl achte und dass das, wenn ich nach Hause komme, auch mehr dabei sind und ich vielleicht ein mega sprachloses Video dann mache, ohne zu reden. Denn, äh, das ist dann, wenn ich glaube, ich innerhalb einer Woche 800 Abonnenten hätte, äh, ist das überhaupt möglich? Das weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ich würde mich echt mega drüber freuen. Ja, Leute, ich bin hier so ein bisschen außer Fassung, so ein bisschen, ja, kaputt, kann nicht vernünftig schlafen und, ja, mach mir viele Zukunftsgedanken gerade im Moment, wie es überhaupt mit meinem Leben weitergehen soll. Ja, ich weiß, das interessiert euch nicht unbedingt alles von meinem Privatleben, aber wenn es euch doch interessiert, schreibt mal in die Kommentare rein. Ich würde auch ein bisschen mehr von zeigen, aber im Moment habe ich da nicht so, ähm, ja, habe ich im Moment so ein bisschen die Probleme drüber und, ähm, ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut, gerade wegen der Corona-Krise. Mir geht es noch gut, ähm, ja, gut, was mal passieren kann, ist aber auch nicht so tragisch. Ich wüsste nicht, dass es in den Symptomen von Corona steht, ähm, aber ich gehe auch schon zum Arzt dafür und ist alles gut, wird auch wieder alles gut. Also, Leute, macht euch keine Sorgen um mich, ich mache mir eher Sorgen um euch, ich hoffe, euch geht es gut, übersteht die Corona-Zeit ganz gut und, ähm, macht das Beste draus. Und das soll es erstmal gewesen sein von meinem Video. Ich möchte, dass ihr weiterhin hier gehypt seid und wenn ich irgendwelche Sachen verändern soll, sagt mir Bescheid drüber. Aber ich kann mich nur verbessern und hoffe nicht zu verschlechtern. Wenn ja, sagt mir Bescheid. Ich versuche es dann wieder rumzureißen, das Ruder. Ihr könnt mit mir zusammenrudern, dass dieser Kanal sich weiter aufbaut. Ich würde mich echt mega drüber freuen und wäre euch echt mega dankbar. Und das soll es gewesen sein. Macht's gut, lasst ein Like da und ein Abo. Ich würde mich freuen, dass ihr nichts mehr verpassen würdet. Und vielen Dank dafür und nochmal vielen, vielen Dank an meinen Manager, was er so für mir hinterm Rücken steht. Genauso wie, ja, ich sag's mal so ausgedrückt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber die Person weiß es eigentlich auch. Der bin ich eigentlich auch viel, 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 viel mega dankbar. Ich bin froh, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und ich den einen oder anderen mal besuchen könnte, wenn er's möchte. Wenn er's nicht möchte, lasse ich's einfach sein und bleibe zu Hause und spiele mit meinen Kindern. Wie auch immer, ich wäre euch mehrer dankbar, wenn er mich weiter unterstützt. Und wir uns vielleicht nach der Corona-Krise vielleicht mal sogar beim Abo-Treffen treffen könnte. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Und es wird doch nicht in Hannover stattfinden, sondern in Soltau. Und ich hoffe, dass ich dann die entsprechenden Familien dort treffe in Soltau. Ja, ich weiß, dieser Park ist leider recht teuer für mich auch. Er wird mir schwierig sein, dass ich da reinkomme. Aber ich möchte mit meinen Kindern da zumindestens mal wieder im Leben hingehen können. Zumindestens mit meiner Großen, weil die Kleinen, für die ist das noch nichts wirklich was. Aber für meine Große schon. Und deswegen, ich würde mich echt mega gehypt fühlen, wenn sogar einer mir diese Karte, ja, ich bräuchte zwei dafür, spenden könnte. Wäre ich echt mega, mega dankbar. Ich spende den einen oder anderen ja auch schon hier Sachen. Und wäre echt mega gehypt, wenn ihr mir das auch mal irgendwie unterstützen könntet. Müsste aber nicht, nur wenn ihr möchtet. Sonst lasst das einfach sein. Aber ich bin euch dankbar, dass ihr mich abonniert habt. Das ist für euch kostenlos und bleibt auch kostenlos. Also Leute, macht weiter so. Ich danke euch. Ich bin mega gehypt von euch. Also bleibt hier. Ich würde mich echt mega drüber freuen. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Das soll's gewesen sein. Und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ich wiederhole mich halt gerne. Ich bin mega geheim. Bis dann. Bis dann.